Was ist denn, wieso bist du denn nervös, hm? Mach dir mal keine Sorgen um mich. Hast du die Etiketten und die Druckplatte vom Dock jetzt zurückbekommen? Ja, natürlich. Ein unverschämter Preis. Anscheinend kann man heutzutage niemanden mehr trauen, auch seinem eigenen Fälscher nicht. Ach, Gott sei Dank, dass Jonathan Hart so hohe Ansprüche stellt. Hart Cabri ist nur ein bescheidener Cabernet Souvenir, aber er lässt ihn in teure Flaschen abfüllen. Es sind dieselben Flaschen wie für Chateau Saint-Claire, die Königin des Bordeaux. Und wir verkaufen einen 8 Dollar Wein für 80. Was für ein netter Mann. Wir müssen ihn unbedingt zu einem Trink einladen, Liebling. Matt Taylor, Sie sollten lernen, vorher anzuklopfen. Sonst kann es passieren, dass Sie plötzlich Klinken putzen müssen. Mr. Dumont wollte diesen Hart Cabri haben und ich, ähm... Ja, richtig. Schon gut. Diese Tür muss immer abgeschlossen sein. Wir haben neugierige Angestellte. Er will doch nur etwas lernen, Liebling. Ja, doch gewisse Bereiche dieses Geschäfts gehen Ihnen nicht an. Dann gibt es беспflus notification, alle Leute und Heerea. Und Sie wurden von 18.000 Minuten canvas. Der eine be13 jäuung hat mit Leitchelle, Wirелиwillig. Ähm... Er will doch ein grilleder Überregel. Er will doch nicht. Nuneluher will doch nicht auch nachhaltig sein. Untertitelung des ZDF, 2020